Hallo Leute, heute beschäftigen wir uns mit der Lösung von linearen Gleichungssystemen in der grafischen Lösungsvariante. Lineare Gleichungssysteme sind zwei Gleichungen, die verbunden sind. Sie gelten beide gleichzeitig. Ich habe sie nach y umgeformt, sodass man eine Geradengleichung erhält. y gleich 5 minus x. Wir setzen bei 5 an, 1, 2, 3, 4, 5 und haben die gerade Steigung minus x. Und wir haben einmal y gleich 13 minus 2x, also setzen wir hier oben an und haben die Steigung minus 2x. So, hier treffen sich unsere beiden Geraden. Jetzt gucken wir, wo die sich treffen. Einmal auf der x-Achse bei 1, 2, 3, bei 10 und einmal bei minus 3,5. Die grafische Lösung ist nicht so genau wie alle anderen Lösungen. Und wir haben unsere Lösungsmenkel. Danke fürs Zuschauen.